Ein Elgato Stream Deck haben und ein Elgato Stream Deck richtig nutzen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wer also der Meinung ist, man müsse da halt die Szenenwechsel in OBS drauflegen und hat damit genau den Sinn dieses Geräts schon ausgenutzt, der liegt falsch. Ein großer Vorteil ist nämlich der Elgato eigene Store, in dem es unzählige Plugins, Icons, Soundeffekte und vieles mehr gibt. Ich zeige euch heute 5 extrem hilfreiche Plugins des Elgato Stream Decks und was ihr damit alles machen könnt. Gleich vorab eine wichtige Info, alle Plugins, die ich in diesem Video zeige, habe ich natürlich unten unter dem Video verlinkt. Also auf jeden Fall den Namen davon. Denn damit ihr diese Plugins installieren könnt, müsst ihr nur oben auf das Elgato Store Icon klicken und dort dann zum Beispiel auf den Reiter Plugins wechseln. In der Suche gebt ihr dann den Namen des gewünschten Plugins ein und installiert es einfach nur noch. Die darin enthaltenen Funktionen sind danach auch direkt in der rechten Leiste der Stream Deck Aktion zu sehen und können genutzt werden. Aber lasst uns doch direkt mit dem ersten Plugin loslegen. Es handelt sich um das Audio Switcher Plugin, das euch ermöglicht zwischen verschiedenen Audiogeräten hin und her zu wechseln. Um das Plugin nun zu nutzen, müsst ihr eigentlich nur auf der rechten Seite, nachdem ihr es installiert habt, einmal nach Audio Devices suchen. Und dort gibt es einmal Toggle Audio Device und einmal Set Audio Device. Toggle Audio Device ist zum Beispiel super praktisch, wenn man einfach zwischen dem Ausgabegerät wechseln möchte. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr habt Boxen auf dem Tisch, aber ihr habt auch Kopfhörer. Zum Streaming wollt ihr die Kopfhörer nutzen, aber wenn ihr mal für euch seid, wollt ihr gerne die Lautsprecher nutzen. Und das wollt ihr am besten einfach über einen Button hin und her switchen können. Dann nutzt ihr das hier, wählt dann Output aus, sagt Default Output Device, also nicht für Communications, Kommunikationsgerät, sondern wirklich das Standard Ausgabegerät. Und dann gebt ihr einfach Primary an, zum Beispiel sind das hier bei mir SPDIF Out, das sind meine Kopfhörer und Secondary nehme ich dann die Lautsprecher. Und schon kann ich eigentlich mit einem Button, wenn wir uns das Ganze auch einmal in Windows angucken, hin und her wechseln. Klicke ich nun auf den Button, wechselt das Ganze zu Lautsprecher und klicke ich wieder auf den Button, wechselt es zurück zu SPDIF Out. Also eine ganz einfache Möglichkeit, diesen Switch zu realisieren. Zusätzlich gibt es dann auch noch die Funktion Set Audio Device und das macht eigentlich nichts anderes, als mit einem Button ein bestimmtes Gerät als Standard Ausgabe oder Standard Eingabe zu setzen, beziehungsweise auch für Kommunikation oder nur für die Ausgabe Eingabe. Das könnt ihr hier dann mit nur einem Gerät machen, also habt ihr keinen Toggle, sondern einfach nur das Setzen. Auch praktisch. Bei dem nächsten Plugin handelt es sich um Cam Control und das wird vielen sicherlich das Leben sowas von erleichtern. Denn hiermit könnt ihr alle manuellen Einstellungen eurer Webcam mit nur einem Klick laden. Stellt euch vor, ihr nutzt hier in OBS Studio eine Webcam, die keine eigene Software zum Speichern der Settings auf dem Gerät mitbringt. Dann könnt ihr diese Webcam ja jederzeit manuell einstellen und das empfehle ich auch in OBS über Eigenschaften und dann Video konfigurieren. Hier kann man zum Beispiel dann den automatischen Weißabgleich rausnehmen, um den konkret einzustellen. Man kann dann auch Sättigung, Kontrast, Helligkeit und Schärfe einstellen und man kann über die Kamerasteuerung den Fokus, würde ich automatisch lassen, natürlich die Belichtung nicht mehr automatisch machen, sondern eine feste Belichtung einstellen, um nachher das Optimum aus der Webcam rauszuholen. Also wirklich ein knackenscharfes Bild. Das Problem an der Sache ist nur, und das sollte eigentlich mit OBS 29 behoben worden sein, dass diese Settings der Webcam beim nächsten Start von OBS, sei es nur Neustart des PCs oder nur OBS, wieder weg sind. Und man muss es alles immer wieder eintragen. Wie cool wäre es denn, wenn ich jetzt meine Webcam einstelle, dass alles fertig ist und ich dann einfach nur einen Button habe, sollte ich OBS neu starten, der mir genau diese Settings wieder herstellt. Genau dafür gibt es dann Cam Control, wie schon erwähnt, und dort habt ihr jetzt folgende Möglichkeiten. Ihr könnt einmal Webcam Settings nehmen. Wenn ihr das auf einen Button legt, dann könnt ihr hier die Webcam auswählen, zum Beispiel hier meine Logitech C920. Könnt dann sagen, was wollt ihr einstellen. Zum Beispiel könnt ihr sagen Backlight Compensation. Dann setzt ihr das Ganze hier entweder auf Manual Set oder auf Default, wenn ihr es einfach zurücksetzen wollt. Und dann könnt ihr bei Manual Set jetzt zum Beispiel einen Wert eintragen. Hier gibt es zum Beispiel zwischen 0 und 1. So, jetzt habt ihr das einmal gemacht. Ihr könnt das natürlich aber auf einen Button legen, indem ihr mehrere Sachen durchlaufen lasst. Dafür würdet ihr dann halt einfach diese Aktion, die jetzt hier ausgeführt wird, einfach in eine Multi-Aktion setzen. Das heißt, man nimmt beim Stream Deck dann einfach die Multi-Aktion, legt die Multi-Aktion hier hin, geht einmal zurück, nimmt das schon Eingestellte, legt es in die Multi-Aktion rein und nimmt dann einfach in der Multi-Aktion die ganzen Aktionen, die man auf der Webcam ändern möchte. Also jedes einzelne Property wähle ich jetzt hier aus, einzeln untereinander und packe das Ganze an. Also einfach nur zum Beispiel Manual Set und das mache ich jetzt für jedes Setting. Das heißt, ich habe am Ende des Tages hier einen Button, womit ich meine Webcam einmal konkret einstellen und justieren kann. Und kann das halt auch immer wieder herstellen. Zusätzlich gibt es dann noch die Funktion Webcam PTT. Wenn wir da mal drauf gehen, habt ihr noch eine coole Sache. Ihr könnt hier nämlich einmal auf Choose Webcam gehen, die Webcam auswählen. Dann könnt ihr sagen, okay, was möchte ich hier haben? Zum Beispiel möchte ich jetzt meinen Fokus haben. Dann kann ich hier runtergehen, kann den Fokus Wert einstellen. Kann dann sagen, wie lange das dauern soll, damit dieser Wert eingenommen wird. Und wie lange es dauern soll, bis dieser Wert wieder zurückgesetzt wurde. Also das rein und raus fokussieren. Und diese Taste funktioniert nur, solange ich da drauf drücke. Das heißt, wenn ich da jetzt drauf drücke, wird die ganze Zeit das gehalten. Und lasse ich los, wird der Fokus wieder zu dem Ursprungswert zurückgesetzt. So kann man hier ganz coole Effekte erzeugen. Für alles Mögliche. Für alle Twitch-Streamer unter euch wird das nächste Plugin auf jeden Fall interessant sein. Das Plugin Twitch Tools bietet nämlich zu den Standard-Twitch-Funktionen des Streamdecks noch ein paar weitere an. Das Plugin Twitch Tools von Bar Raider findet ihr dann auf der rechten Seite unter Twitch Tools Bar Raider. Und wenn ihr das mal aufklappt, gibt es hier unglaublich viele Funktionen. Einige davon sind gedoppelt. Das heißt, wenn ihr euch das mal anschaut, was es in der Standard-Twitch-Integration gibt, findet ihr einige Sachen dort schon, die es dann bei Twitch Tools nochmal gibt. Das ist historisch entstanden. Es gibt aber wirklich drei sehr coole Sachen. Die gibt es in der Standard-Twitch-Integration nicht. Und die gehen wir einmal gemeinsam durch. Zunächst schauen wir uns mal Livestreamers an. Wenn ihr Livestreamers hier raufzieht, wird das erste Mal wahrscheinlich ein Pop-Up kommen, dass ihr euch mit eurem Twitch-Konto verknüpfen müsst. Das braucht dieses Plugin, diese Twitch-Kommunikation, damit es überhaupt funktionieren kann. Was ihr hier machen könnt, ist, dass ihr erstmal auswählt, was soll angezeigt werden, wenn ihr auf den Button klickt. Game-Icon, User-Icon oder Preview des Streams. Ich nehme mal User-Icon. Und dann, was soll passieren, wenn ihr einen Button länger drückt? Der User soll geradet werden. Was kann ich damit jetzt machen? Und zwar kann ich auf dem Stream-Deck einfach draufklicken. Tue ich das, lädt da alle Streamer, denen ich gerade folge und die live sind und drücke ich nun längere Zeit auf einen Button drauf, raide ich diesen Streamer. Also auch eine coole Sache, ohne dass man jetzt, wenn man seinen Stream beendet, nochmal schauen muss, wer ist jetzt online und so weiter und das dann in den Chat eingeben. Nein, man kann es hier einfach ganz easy peasy machen. Die nächste Funktion wäre dann Shoutout. Und Shoutout ist natürlich auch ziemlich, ziemlich nice. Wenn wir das Ganze hier einfach mal reinziehen, dann seht ihr, was ihr dort einstellen könnt. Ihr könnt die Message einstellen, die bei Shoutout rausgehauen werden soll, nämlich Ausrufezeichen so, Leerzeichen, Username. Das könnt ihr natürlich anpassen. Username ist einfach die Variable, die wird mit dem ausgewählten Benutzer dann verändert beziehungsweise angepasst. Das heißt, in euren Chat würde, wenn ihr so ein Shoutout ausführt über Stream-Deck, Ausrufezeichen so und dann zum Beispiel Nilsson 1289 stehen. Wenn ihr also ein System dahinter habt, was Shoutouts irgendwie in irgendeiner Form dann in den Chat schreibt oder zum Beispiel auch nochmal ins Overlay packt, müsst ihr das nur an dieses System anpassen. Habt ihr einen Chatbot, der das Ganze mit Ausrufezeichen so macht, dann lasst ihr es so, wie es ist. Macht ihr es mit Ausrufezeichen Shoutout. Passt ihr hier einfach das Ausrufezeichen SO zu Ausrufezeichen Shoutout an. Was kann man hier dann machen? Man kann einen Channel angeben, lasst ihr das leer, ist es halt eurer Channel. Das würde ja auch Sinn machen. Und ihr könnt natürlich noch sagen, was soll dort angezeigt werden? Active Chatters oder alle Viewers? Ich würde Active Chatters nehmen, damit, wenn man einen Shoutout macht, wirklich die Leute, die einen Chat geschrieben haben, zur Auswahl hat. Da seht ihr auch gleich, warum. Und Download Images. Wenn ihr das anhakt, werden die Images der einzelnen Benutzer nicht geladen. Man kann dann einfach schneller durchflippen. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ich da jetzt einfach draufklicke, kommt eine Unterseite. Und auf der Unterseite werden nun alle Benutzer angezeigt, die aktuell im Chat aktiv sind. Geht natürlich nur, wenn der Stream gerade läuft. Und dort könnt ihr dann einfach draufklicken. Und schon wird ein Shoutout für diesen Benutzer gemacht. Ihr könnt hier beim Stream Deck Plus zum Beispiel über Next dann durch die Seiten durchmanövrieren. Ihr könnt aber auch auf Exit klicken, um wieder zurückzukommen. Bei einem großen Stream Deck XL zum Beispiel würde das alles angezeigt werden. Und ihr hattet unten links und rechts Next und Previous Seiten Pager. Also da könnt ihr dann auch über die Buttons navigieren. Auch ziemlich interessant und eigentlich ganz nützlich. Und für alle, die gerne einen Giveaway im Stream machen, man braucht nicht erst ein großes System, was man vorkonfigurieren muss. Man kann es auch einfach über Stream Deck machen. Giveaway, draufziehen. Was könnt ihr da machen? Ihr könnt einmal einen Command angeben, mit dem man sich anmelden kann. Also zum Beispiel könnt ihr hier auch Auswahlzeichen Verlosung eingeben. Das heißt, jeder, der im Chat Auswahlzeichen Verlosung schreibt, wird automatisch in den Lostopf geschmissen. Ihr könnt dann sagen, okay, was gibt es überhaupt zu gewinnen? Gutschein. Dann könnt ihr noch sagen, welche Nachricht soll in den Chat geschrieben werden, wenn eine Verlosung startet. Ihr könnt dann noch einen Reminder alle 1 oder x Minuten senden. Ihr könnt dann noch eine Reminder Message dazu packen. Ihr könnt das Ganze limitieren. Ihr könnt eine Gewinn-Nachricht schreiben. Ihr könnt einen Gewinner-File schreiben. Das heißt, einfach eine Textdatei auf dem PC, die ihr auswählt. Dort wird dann der Gewinner-Benutzername reingeschrieben. Was sinnvoll ist, was bringt uns das Ganze, wenn wir es hier drüber machen. Wir können natürlich hier über die Buttons jetzt mit der Maus gehen. Wir können das Ganze aber natürlich auch über die Buttons auf dem Stream Deck machen. Das heißt, man kann einfach, wenn man einmal draufklickt, man steht hier auch, first short press will start giveaway. Every additional short press will name a winner und long press key to reset and end giveaway. Das heißt, ich habe drei Funktionen. Klicke ich einmal drauf, wird das Giveaway gestartet. Man sieht dann auch, wie viele Leute sich eingetragen haben. Klicke ich nochmal drauf, wird ein Gewinner gezogen. Klicke ich nochmal drauf, wird noch ein Gewinner gezogen. Klicke ich längere Zeit drauf, wird das Giveaway resettet. Ziemlich, ziemlich praktisch würde ich sagen, wenn man nicht erst noch irgendwas einrichten möchte, sondern einfach mal kurz und einfach ein Giveaway laufen lassen möchte. Ich hoffe doch, ihr nutzt alle mittlerweile OBS Studio. Denn dafür gibt es auch ein Plugin OBS Tools, das erweiterte Funktionen gegenüber den Standard OBS Funktionen vom Stream Deck bietet. Das Plugin findet ihr auch wieder auf der rechten Seite und zwar unter OBS Tools Bar Raider. Und dort gibt es wirklich unglaublich viele verschiedene Funktionen. Was ich zum Beispiel ganz praktisch finde, ist einmal Dropped Frames. Das kann man sich hier draufziehen und dort kann man einfach auswählen, was möchte man angezeigt bekommen. Gedroppte Frames, Skip Frames oder Missed Frames beim Rendern. Also ausgelassene Frames oder Renderverzögerung. Das könnt ihr euch hier einfach anzeigen lassen. Und das gibt euch vielleicht auch einfach mal, wenn ihr damit Probleme habt, schon mal einen Einblick direkt auf ein Stream Deck, ohne dass ihr auf OBS guckt. Das Ganze wird hier schön angezeigt mit einer Zahl und geht dann natürlich auch hoch, wenn dort wirklich Frames Tüdelü machen. Zusätzlich super praktisch ist dann etwas wie Next Scene und Previous Scene. Wenn ihr nämlich mit eurem OBS ein bisschen weiter advanced arbeitet und ihr habt vielleicht bestimmte Logiken, dass Szenen gewechselt werden und man weiß aber nicht, von welcher Szene man gerade in diese Szene gewechselt ist und möchte eine Funktion haben, in die vorherige Szene, die man aktiv hatte, zu wechseln, kann ich einfach Previous Scene nehmen. Previous Scene geht dann einfach zurück in die zuvor genutzte Szene. Ganz easy Sache, draufklicken und der Wechsel passiert. Was aber wirklich richtig geil ist, ist Instant Replay. Ja, man kann Instant Replay direkt in OBS Studio bauen, aber möchte man vielleicht nicht noch eine weitere Szene bauen und Automatisierungen erstellen, sondern einfach nur die Möglichkeit haben, über seinem Gameplay Replays einblenden zu lassen, ist Instant Replay wirklich super praktisch. Man kann hier folgende Sachen tun. Man kann einmal sagen, enable Twitch Chat Integration. Wenn man das anhakt, muss man sich auch nochmal mit Twitch verbinden und bekommt dann hier folgende Optionen. Automatically create Twitch Clip. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den Replay speichert, wird dieser nicht nur auf eurem PC gespeichert, sondern ihr erstellt auch einen Twitch Clip, der dann auf eurer Twitch Seite ist. Außerdem, Users in Chat can generate Replays. Wenn ihr das aktiviert, können Benutzer über Ausrufezeichen Replay einen Replay auslösen. Nicht nur, dass er bei euch in OBS angezeigt wird, also im Stream, sondern er wird auch auf eurer Festplatte gespeichert, ohne dass ihr selber reagieren müsst. Wenn ihr natürlich ziemlich doofe Zuschauer habt, dann ballern die eure Festplatte voll. Aber dafür habt ihr folgende Optionen. Replay Cooldown, da könnt ihr in Sekunden angeben, wie oft man das machen kann beziehungsweise wie lange Pause zwischen einem zuvor erschienenen Replay und einem nächsten Replay sein muss. Darunter geht es dann erst richtig los. Hier könnt ihr nämlich auch sagen, okay, leave allowed users blank to allow anyone. Also dann darf das jeder. Oder aber ihr gebt hier Benutzernamen ein, wie zum Beispiel die Namen eurer Moderatoren. Und dann können nur die über Ausrufezeichen Replay Replays erstellen. Geht ihr dann noch weiter runter, Autoplay on Stream. Hakt ihr das an, wird das Replay automatisch in eurem Overlay eingeschaltet und auch wieder ausgeschaltet. Schauen wir uns gleich in OBS an. Hier müsst ihr nur noch angeben, wo eure Replays gespeichert werden. Das schaut ihr in OBS Studio nach. Denn dort habt ihr in den Einstellungen unter Ausgabe Wiederholungspuffer natürlich einmal die Möglichkeit, den Wiederholungspuffer überhaupt zu aktivieren. Und über Aufnahme gebt ihr ja an, wo werden diese gespeichert. Und diesen Pfad solltet ihr dann auch auswählen. Dann gebt ihr eigentlich nur noch den Szenenamen an, wenn ihr das Replay abspeichern lassen wollt, beziehungsweise wo das angezeigt werden soll. Habt ihr eine Szene, wo ihr es Standard machen wollt, dann könnt ihr einfach eure Hauptszene nehmen, zum Beispiel live und habt da eine Instant Replay Quelle drin. Oder aber ihr habt eine extra Replay Szene, dann wählt ihr die Replay Szene aus und sagt, wechsel automatisch in diese Szene. Dann wählt ihr eigentlich nur noch die Quelle in OBS aus, zum Beispiel Instant Replay. Diese muss in OBS einmal erstellt werden, ist egal, was da drin steht. Das heißt, ihr erstellt einfach in OBS eine Quelle vom Typ Medienquelle. Und in dieser Medienquelle müsst ihr eigentlich nichts weiter angeben. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr Hardware-Dekodierung verwenden, falls verfügbar anhakt, damit eure Grafikkarte das rendert und nicht eure CPU. Danach gebt ihr nur noch an, wie lange dann ein Delay sein soll. Das heißt, wie lange soll es dauern, wenn ihr das Replay speichert, bis es abgespielt wird in euren OBS. Und ihr könnt sagen, soll es mit Audio abgespielt werden oder gemutet. Was ja Sinn macht, weil wenn ihr Audio habt im Stream und ihr habt dann noch Replay-Audio, dann habt ihr doppeltes Audio. Das klingt einfach nicht geil. Danach gebt ihr noch an, nach wie vielen Sekunden diese Quelle wieder ausgeblendet werden soll, also das Replay zu Ende sein soll. Zum Beispiel 10 Sekunden, wenn ihr das auch angegeben habt als Replay-Zeit. Und dann könnt ihr hier einfach noch angeben, wie schnell das Replay abgespielt werden soll. Ihr könntet hier nämlich das Ganze auch einfach in doppelter Geschwindigkeit abspielen lassen oder halt langsamer im Slow-Mo-Replay. Funktionieren tut das Ganze dann ziemlich easy. Wenn ihr jetzt einmal hier drauf guckt, dann steht der Buffer off. Das heißt, der Replay-Buffer ist noch gar nicht an. Der Wiederholungspuffer muss ja erstmal gestartet werden. Dafür müsst ihr beim ersten Mal länger gedrückt lassen. Und wenn ihr das tut, dann startet der Wiederholungspuffer in OBS. Und ihr seht das Ganze auch auf dem Stream Deck. Wenn ihr jetzt einmal drauf drückt, dann wird ein Replay gespeichert und die ganze Automatisierung passiert. Das heißt, hier sehen wir jetzt auch automatisch, dass hier das Replay ausgeführt wird. Ziemlich cool. In meinem Fall ist es schwarz, weil ich ja gerade auch nichts zu sehen hatte. Und wenn ihr das nochmal macht, passiert es halt wieder. Ihr habt die Datei auf dem PC, ihr habt ein Replay im Stream und ihr habt vielleicht sogar auch einen Clip, der auf Twitch geklippt wird. Also ziemlich genial. Wollt ihr das Ganze wieder beenden, drückt ihr hier wieder länger drauf. Dann geht der Replay-Buffer in OBS aus und das wird auch hier auf dem Stream Deck Buffer auf angezeigt. Finde ich ziemlich praktisch, wenn man öfter mit Replays arbeitet und die auch in den Stream integrieren möchte. Und das nächste Plugin ist nicht nur für Streamer. Denn das gilt an sich für alle, die Anwendungen mit Audio auf dem PC laufen lassen. Mit dem Plugin Volume Controller könnt ihr nämlich super einfach jede Anwendung, die aktuell Audio abspielt, einsehen und deren Lautstärke ändern. Der Volume Controller ist ziemlich genial. Der kam seit ein paar Versionen vorab schon von Elgato mit rein. Ist ein offizielles Elgato Plugin und der bietet euch unglaublich coole Möglichkeiten. Ihr habt hier zwei Dinge, automatische Erkennung und manuelle Erkennung. Die manuelle Erkennung ist ziemlich simpel. Die macht eigentlich nichts anderes, wie wenn ihr sie zum Beispiel beim Stream Deck Plus auf ein Dial legt. Könnt ihr hier einfach das Programm auswählen, was ihr regeln wollt. Zum Beispiel Spotify und spielt Spotify dann Musik ab. Könnt ihr einfach darüber dann die Lautstärke ändern. Das heißt, ihr dreht da dran und die Lautstärke von Spotify auf eurem System wird geändert. Super simpel. Das Ganze springt dann auch hier rüber auf Drehregler. Dort gibt es wie gesagt die manuelle Erkennung. Es gibt aber auch die automatische Erkennung. Das heißt, wenn wir wieder auf Tasten gehen und dann wieder zu dem Volume Controller, kann ich hier die automatische Erkennung nehmen und packe ich die jetzt auf mein Stream Deck. Dann bekomme ich folgendes. Zeigt mir bitte alle Apps an oder nur die aktiven. Wählt ihr hier zum Beispiel nur die aktiven und klickt dann da drauf, dann kommt ihr in ein Untermenü und dort werden euch nun alle aktiven Applikationen angezeigt. Zum Beispiel habe ich jetzt hier System. Ich habe Adobe Audition, Discord, Elgato Wave Link. Das heißt, ich kann jetzt von allen aktiven Anwendungen theoretisch das Audio steuern. Hier unten über die Dials. Bei einem normalen Stream Deck hättet ihr dann Plus- und Minusregler über die Buttons. Und ihr könnt sogar navigieren durch die Seiten, wenn es halt mehr Anwendungen sind und das Ganze nicht auf eine Seite passt. Wieder zurück navigieren. Also super praktisch. Man bekommt also mit dem Volume Controller einen, ja sag ich mal, wirklich kompletten Umfang an Bedienungsmöglichkeiten für Audio von Anwendungen. Also alle Anwendungen, die auf eurem System laufen. Mega, mega gut. Natürlich gibt es noch so viele weitere Plugins. Wenn euch das Ganze hier in so einem Zusammenfassungsformat interessiert, beziehungsweise gefällt, können da vielleicht noch ein paar mehr folgen. Ihr solltet auf jeden Fall auch nochmal hier reinschauen, wenn ihr einfach noch mehr über das Elgato Stream Deck lernen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.